Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu DLP TV, ja mit euren Danny, mit eurer Kate und ja, das ist mal ein kleines Spezial, ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr uns so zahlreich verfolgt mit unseren Let's Plays, was wir zur Zeit am Laufen haben. Ja, wir hatten lange Zeit jetzt Pause gehabt, weil wir es privat nicht geschafft hatten, ein Let's Play zu starten und ich hoffe, das war nicht so schlimm, die kurze Auszeit und ja, wir starten jetzt wieder durch, wir haben drei Projekte am Laufen oder ich habe drei Projekte am Laufen. Das ist einmal der Landwirtschaft Simulator 2013 online mit unserem Basti, ja mit BLP TV werden wir den nächsten Zeitraum zusammenarbeiten. Ja, er startet sein neues Projekt jetzt, Let's Play. Ja, ist noch neu in der Szene, sage ich mal, aber wie ihr schon in meinen Videos verfolgen könnt, ja, gibt er sich Mühe und das freut mich. Ich sehe ich immer, dass es auch gute Leute gibt, die mir helfen kann und ja, wie gesagt, einen großen Dank geht nämlich an euch hier, die jeden Tag unsere Videos angucken. Ja, das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei den ganzen Let's Playern hier bei YouTube und ja, wie gesagt, Landwirtschaft Simulator ist zur Zeit am Laufen. Ja, online Amnesia läuft und ja, mein drittes Projekt weiß ich leider noch nicht. Da habe ich noch keinen Plan, was ich da mache, aber wir haben ja das Ganze hier Zeit oder bis zum Sommer ist es geplant, drei Projekte zu starten. Wie gesagt, den dritten, das dritte Projekt weiß ich noch nicht, dann könnt ihr ja euch mal Gedanken machen, was ihr sehen wollt, was ich Let's Playen soll oder was unsere Kate Let's Playen soll. Und wenn ihr da vielleicht Ideen habt, könnt ihr sie ja genau, wenn ihr jetzt ein bisschen runterscrollt, in die Kommentare schreiben und ja, die meisten Stimmen werden dann anzocken für euch. Ja, wie gesagt, meine Lieben, ich bringe für euch heute noch Landwirtschaft Simulator. Wenn ich es schaffe, werde ich heute noch den vierten Part freistellen und wie gesagt, es geht mal ein ganz großer Dank nochmal an euch, an den Energy Let's Player, an die Kate, an den Basti, an den Micha, an die Lena und 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 und. Ich könnte sogar nicht alles aufzählen. Ja, Dankeschön, meine Lieben, auf eine gute Zusammenarbeit hier bei DLPTV mit der Kate, mit dem Danny, mit dem Basti und natürlich mit euch. Danke.